Hallo, hier ist Starscream533 und ich wollte mal wieder eine Umfrage machen. Und zwar habe ich, wie man sieht, eine Spinne gefunden. Also ich habe nachts Fenster offen gelassen und im Winter kommen ja auch Spinnen rein sehr öfter, also oft. Und ja, mir sind ja sehr oft Tegenariaatrica reingekommen, also große Winkelspinne. Und diesmal ist mir eine andere Spinnenart reingekommen, und zwar diese, die ihr gerade seht. Also ich habe sie schon gefüttert, ja, und ich wollte mal wissen, also ob einer von euch weiß, was das für eine ist. Also sie hat vier Spinnenwarzen, sehr kräftige Beine und einen muskulösen Körperbau. Vorderkörper ist auch oval, also ist oval, so wie der Hinterleib. Ja, der ist auch oval und schwarz glänzend. Sie scheint eine Webspinne zu sein, denn, ja, sie hat, also wie man sieht, spinnt sie auch viel Netz. So, nochmal scharf. So, da sieht man auch die vier Spinnenwarzen. Und sie ist eher so bräunlich-schwarz. Ich zeige sie nochmal ein bisschen. Vielleicht erkennt man sie es nur ein bisschen, dann ein bisschen besser. Ja, also, ähm, wenn einer es weiß, dann bitte in die Kommentare schreiben. Ja, das war's erstmal von mir. Bis zum nächsten Video. Starscream 533.